Und jetzt zu einem seltenen Exemplar der Spezies Spaßvogel. Zu Karl Karnitsch, der hat sich bereits wieder auf die Suche nach einem Sommergast begeben. Denn übermorgen Freitag laden wir euch wieder zu einem ORF Burgenland Sommerfest, diesmal in Stadtschleining. Grüß euch noch wieder einmal. Es ist Zeit für ein neues ORF Burgenland Sommerfest. Übermorgen ist schon wieder Freitag und wir machen Station in, die Burg hinter mir kennen es, in Stadtschleining. Ich würde sagen, wir schauen uns einmal ein bisschen um, was es hier alles zu sehen gibt. Sehr hügelige Gegend, aber für eine Burg brauchst du einen Hügel. Was heißt Hügel? Das ist ja fast schon Gebirge, da schauen Sie mal. Da müsst ihr mal drüber. Die brauchen noch ein bisschen bis zur Martini. Liebevoll gepflegte alte Bürgerhäuser. Mit sehr viel Liebe, bis hin zum letzten Detail. Schauen Sie mal. Ton in Ton. Und auch hier wieder Ton in Ton. Viel Buntes fürs Auge und Buntes für den Gaumen. Und hier im kleinen, aber feinen Stadtmuseum von Stadtschleining findet sich auch dieser Galgen oder was immer das ist. Aber ich glaube, es hat friedlicheren Zwecken gedient. Vor allem, was es mit der Kugel auf sich hat, keine Ahnung. Aber unser Sommergast am Freitag, der kennt sich damit aus. Sehr gut sogar.